Odi, Odi, Odi! Hier ist die Liese! Wir spielen 7 Days to Die! Ja, wer ist wir? Ich bin die Liese und dann ist da noch der Zwerg. Ich bin die Tolle, die Schöne, die Aufregende und dann ist da noch der Zwerg. Ja gut, den haben wir da auch noch. Aber erstmal müssen wir wieder ein bisschen leer machen hier. Fünf... Aber hier Vierfälle ist ein bisschen wenig. Moment! Wo habe ich denn das Gunpowderherzwergenschilde? Halt, da kommen doch Steine, kommen doch noch Steine! Mensch, Mensch, Mensch! So, Steine alle raus! Ich habe doch gestern vier Gläser reingetan. Wo sind die denn? Ach da! Erstmal nochmal was essen. Brauche ich gar nicht. Bin ich satt? Gut. Ich glaube, ich muss sowieso noch ein bisschen Stahl machen, das ist der Hergestellte. Warum? Weil wir haben nur eine Tür gesetzt. So, was hast du heute vor? Moment, erst Stahl machen. Wann holen wir... Dann räubern wir jetzt erstmal die Bank aus, Zwergenschilde. Und dann haben wir... ...und dann... ...und dann 20 und 20 und 20 und 20, das reicht erstmal. Ja, das wäre schon mal schön, aber 530 Minuten. So, ich lacht doch gerade einer rum, oder? Ah ja. Ah ja. Gut. Ne Sack aus, ne Sack rein, immer das Gleiche. Ah, das war ein Schwein. Mach dich doch nicht so nervös, Elise. Das war doch bloß ein Schwein. Siehste, hast du wieder irgendwie ein Stück Fleisch, oder Knochen, oder irgendwas hast du wieder erraten jetzt. Und Scheiße, hab ich gar nichts, siehste, drin. Kein Fleisch, kein Knochen, kein gar nichts. Ja gut, Moment. Ducktape mit Zippes. Mit Bärtape, was brauche ich alles? Ach, das Dings fehlt mir doch, das Öl. Ich will nicht kein Öl mehr. Kein Öl, kein Öl, kein Öl, kein Öl. Ich will Öl, 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 Öl. Ist kein Öl drin, Zwergenstellt. Und jetzt? Jetzt kannst du das nicht machen. Da sind sie. Jawohl, ich wusste, was sie will ich hab. Wieso hab ich die gestern nicht gesehen. Ducktape mit Zippes mit Bärkit. Alle. 28, wieso bloß 28? Ich hab nicht mehr von den Dingern dabei. Ja, ist gut, dann machen wir die erstmal. Ja. Ja. So. Jetzt haben wir fertig. Haben wir auch schon Stahl? Haben wir auch schon Stahl? Braucht dann eine zweite Stahlkette. Jawohl. Das reicht. Jetzt schnappen wir uns noch die Eimerchen, Zwergenstellt und dann kann das schon fast losgehen. Jetzt hast du gar kein Beton mehr, ne? Keine Eimerchen. Ja, wenn die benutzt werden müssen, müssen die benutzt werden, Zwergenstellt. Nützt ja alles nichts. So, jetzt wollte ich doch den Revolver reparieren. Wo ist denn der? Hier, ne? Jawohl. 562 haben wir jetzt. Einmal reparieren. Assemble. Der ist voll. Der muss noch. Der muss noch. Und der muss auch noch. So. Und Repair. Und auch. Und auch. Und auch. Ach, das dauert hier noch ein bisschen. Ja gut, da können wir nichts dran machen. Wenn das dauert, dann dauert das. Habe ich auch noch irgendwo Reva-Frames. Runde Pillars will ich nicht. Hier, 162 brauche ich nicht, aber nehme ich trotzdem mit. So müsste 28 erst, das dauert noch ein bisschen. Na gut. Moment. Kann ich auch schon auch sofort die Tür in Auftrag geben. Wo ist die Dussel gekommen? Also erstmal zu machen. 5 Minuten. Dann können wir rausgehen, Leute. Eine Minute noch. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 7. 9. 9. 10. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, in zwei Eimerchen. Jetzt habe ich Munition für zwei Waffen. Eine Waffe reicht. Dann nehme ich lieber den Colt mit. Ich doch, die meinen die Klamotten überall immer in dem gleichen Platz. Ja, mache ich mal, Zwergenstelte, wenn ich Lust und Zeit habe. So, jetzt noch mal gucken. Faultor. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Haben wir eine Pick-Axt. Eine Iron-Axt. Haben wir 42 Forged Iron. Haben wir ein bisschen davon, davon, davon. Und Splint haben wir auch. Ja gut, das ist das Mindeste, was ich mitnehmen muss. Ja und jetzt? Ja, jetzt geht's langsam los. Den brauche ich aber nicht. Die ist kaputt. Machst du doch weg. Ja, mache ich auch, wenn ich mal mehr Zeit hat, Zwergenstelte. Wo war die Kaputte hier? Weil es brauche ich noch. Guck mal, die brauche ich und die sind gar nicht fertig. Ja, hier kann auch nur was sein. Ach, da sind nur noch zwei Brennmaterial drin. Da brauche ich kein Weiß. Jetzt geht's erstmal wieder in den Keller, Leute. Dann müssen wir uns auf den Club... Jetzt weißt du, Zwergenschelte. Das weiß ich. Ja, wofür ich ein Moppet unten haben will. So, jetzt geht's erstmal wieder runter. Dann geht das... ...in die Richtung, danach in die Richtung. Bis hierhin. Und dann gehen wir in die Bank rein. Brauchst noch Holz. Ja und eine Leiter auch. Ich glaube 50 oder 100. Mach ich das jetzt? Holz holen. Vielleicht sind die da draußen ja schon fertig, Zwergenschelte. Das glaube ich nicht. Das dauert also ein bisschen. Ja, es zurecht dauert noch. Zwei Minuten noch. Schitte. Und jetzt? Jetzt kannst du immer noch selber welche machen, ne? Ja, die brauche ich sowieso auf dem Dach für... ...ääh... ...von der Schule. Brauche ich die. Ja gut, dann müssen wir uns 100 Stück selber machen. Das geht ja wohl wie anders. Gibt es 3.000 Holz mit, Zwergenschelte? Wolltest du mir 3.000 Holz? Ist wieder ganz voll. Ja, das dauert ja nicht lange. Moment. Gut, Frame. Kraft. Lager. Lager. Ja, Leute, ich glaube, jetzt habe ich alles zusammen. Jetzt können wir losgehen und die Bank flindern. Meine Bank rollen wir leer. Haha. Schön, wie nennt sich das? Ich glaube, du ziehst deine finanziellen Mittel aus der Bank. Ach, Quatsch, das hört sich viel zu kompliziert an, Zwergenschelte. Ich sag mal, ich hole mir mein Besitztum zurück, weil ich der Bank nicht mehr vertraue. So ist das. Ja, wie immer, du, das ist auch meins. So, und ich habe hier noch Arbeit angefangen. Warte mal, hier. Guck mal, hier geht das so schräg hoch. So hoch bin ich schon. Da sind wir bis hier. Da sind wir kurz vor dem komischen Gebiet hier. Und hier gibt Potassium irgendwo drin. Dann werden wir langsam gerade. Und dann gucken wir nach, ob wir hier irgendwo auf dem Potassium-Feld treffen, Zwergenschelte. Das machen wir heute Nacht. Ich halte mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020